ja herzlich willkommen zum zweck am sofa oder hallo willkommen bei origami aufstehen genau ich kann nicht ich muss mir jetzt verbeugen verbeugen so hier ist ein altar hier werden wahrscheinlich kleine kinder geopfert also der mond scheint aber verdammt riesengroß hier so weil wenn du mal guckst hier so kleine blumen die leuchten wie sau oder ist das ein stein hier unten oder also ich komme nicht raus ich komme nicht raus nein ich komme nicht raus er hat kaputt gemacht ich habe nicht mal angefangen und er hat es kaputt ich habe ich versuche mal hier die dunkelheit zu machen manchmal an die wand vor dir oder was kannst du dich nirgendwo hin teleportieren wie scheiße ist das denn das ist ja geil ich kann mich weg ich habe ich kann mich heraus bücken oh mein gott ich habe gerade mal die anmoderation bekommen ich weiß nicht warum aber ich habe dafür als achievement bekommen was für ein achievement soll das gewesen sein verkackt es heißt springer und die bütsch ist back fuchs wer hat denn die ganz gestohlen ist back in town bitch is back in town schüttel schüttel schon wieder ja miko ich habe etwas gesehen ein traumbild drogen 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 ja ich habe auch gesehen das rital muss eine art verbindung zwischen uns geschaffen haben beim aufwachen hatte ich noch eine vision kurz bevor ich dich getroffen habe was bedeutet das ich nehme noch mehr drogen wer weiß es gibt nicht viele berichte über das ritual mit dem ich dich beschworen habe hoffentlich finden wir es halt bald heraus oder auch nicht wer weiß wen interessiert setzen uns bewegung beweg dich schatzi ich darf nicht zulassen dass du dich bei sonnenaufgang in rauch auflöst gut war da mal aber wie bitte was hast du da habe ich das nicht gesagt dein körper bestehen auch schatten scheiße und blut beruhig dich irgendwann sonnenstrahl punkt inzwischen bin ich nur froh dass du überhaupt erzählt dass ich auch scheiße blut bestehe tut mir leid du stehst schon wieder in mir drin du ferkel du stehst voll drauf ich sag's dir du ich bist so ein r2 die nächste taste ein schatten ah ja okay so ein gerade gerade man ja ja nur wenn du saft hast du kannst auch meinen schatten nutzen richtig ja genau ich kann ja auch in deinen schatten reingeprägen schubs okay ich muss mich erst wieder aufladen ich habe hier nichts mehr das geht ziemlich schnell runter dieses aufladen der 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 ist aufgegangen und er strahlt uns alle weg der mond ist aufgegangen erschaffe schatten spring dann in sie hinein so kommst du wahrscheinlich überall hin schon passiert ich habe einmal deinen schatten mit benutzt benutze mich du sau ich sag's dir kapitel zwei der ruft der schatten siehst du den tempel dahin sind wir unterwegs den sehe ich nicht welchen tempel denn denen da das ist doch kein tempel mir ist so umgekommen dass es noch ein tierchen gibt das aus vielleicht helfen kann der weise hamster des todes ein tier ja scheinbar hat es mir eine magie zu tun mit der sie mich in die falle gelockt haben du musst es finden aragami ey die hat sein korsett an mal nebenbei darf ich sie eigentlich aragami nennen ne nämlich origami nennen mich origami kann ich auch nicht durchgehen ach die kann ich nicht durchgehen na toll wir müssen schon arbeiten da unten er war mir im weg ich war zu langsam glaube ich oh da geht ein oder kommt einer da kommt einer ich werde ich war zu langsam der einmal ausrufezeichen gemacht der typ weiß auch nicht mehr wie weit man in den schatten wirklich nicht gesehen wird also wenn ich mich jetzt direkt vor den hin stelle im schatten aber mich denn nicht sieht das glaube ich ja eigentlich nicht aber ich probiere es trotzdem mal aus das links ist einer hast du ja immer auch schon fast gekriegt genau fast ich arbeite daran ja bin fast da ah da ist einer da ist einer da ist einer hilfe oh oh der hat geschossen oder der hat mich gesehen ne nein er hat mich gesehen er sucht mich gerade äh dafür ist er tot mein typ ist weg der ist wahrscheinlich zu dir gerannt äh fuck ich mach die leichen gerade weg dann sieht die lämmig niemand falls einer kommt da ist er oh 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 ich hab Angst so der der wicht welche Richtung geht der da war doch noch einer hier war doch noch einer also rechts ist noch einer hilfe ja hier ist noch einer ah ich hab einen ich hab einen ich sehe ihn na komm zu papa komm zu papa Knotieren und umbringen, ja. Äh. Schau vor, die direkt. Das geht auch. Ich bin... Ich bin... tot. Ja, sie haben... Ja, sie haben einen Alarmstoß gemacht und dann ist es irgendwie in die Wicke gegangen hier. Bleib wachsam. Er ist hier irgendwo. Also ich bin draufgegangen. Der hat mich weggespritzt mit seinem Lichtstrahl. Oha, das hat aber Schwein gehabt, Alter. Du bist voll in den... Du bist nicht in den Schatten, das weißt du. Ich weiß. Oh, ich hab Angst. Ich seh dich jetzt auf... Ich kann ja Gast zugucken jetzt hier. Du kannst Gast zugucken? Wow. Die stecken die Schwerter auch nicht so schnell weg, die alten Schweine. Ja, also aber geradeaus ist da noch einer von... Genau, ja. Oh, ich hab's verbockt. Passiert halt mal, ne? Kann ja mal passieren, sollte aber nicht. Ich guck mal ein bisschen mit, ob du es... Wo ist er denn? Ah, da ist er. Oha. Ja. So nah gehst du ran? Das ist ja geil. Krasser Scheiß. Und... der Aufräumer. Weggeputzt hast du es. Da war aber noch einer irgendwo. Ja, zwei Stück laufen da noch rum. Also jetzt laufen noch zwei Stück rum. Die Frage ist, wo? Ich will da ja nicht reinlaufen in die Tübe, aber wir stehen hier vor einem. Das ist immer unangenehm. Aber was? Ja. Du bist ruhig. Los. Der Umhang hängt schief. Du meinst, ich muss Kleidung richten, ja? Rechts von dir ist einer. Rechts? Genau. Da ist er. Siehst du? Über den Holzpark? Ja, aber da ist das der, der hier am Rand war? Weil hier war einer am Rand. Den hätte ich gerne eigentlich eher. Weil wenn da zwei sind, habe ich ja Angst. Ich weiß. Das schaffst du bestimmt. Ich muss es ja schaffen, weil du hast es verkackt. Ich habe es verkackt. Und du bist dann auch wirklich weg, solange ich den Aufräumer hier mache. Ich kann fortsetzen rücken. Checkpoint kann ich nicht machen. Ich kann ins Hauptmenü zurückkehren, wenn ich möchte. Ist das nur noch der Typ oder sind da noch mehr? Verdammte Angst. Zwei Stück sind das gewesen. Bist du sicher? Ja. Ganz sicher? Der Typ steht... Nee, da ist er nicht. Doof. Der steht doof, ja. Kannst du nicht von oben oder so? Nö. Du schießt voll im Licht. Das ist ja schon klar, ne? Ja, er sieht mich. Aber ja, Gott sei Dank nicht. Aber ich kann auch nicht, sobald ich meine Schattenessenz da mache, ist er weg. Das ist doch kacke hier. Bist du kacke Arsch. Oh, was soll ich gerade sagen? Ja, echt. Ich hätte mit dir, der ist ja typisch schon links von dir. Oh, du stehst ja voll daneben. Was machst du noch so lange? Ich versuche, die richtige Position zu finden, irgendwie zu killen. Aber so einfach ist das nicht. Nee, das geht doch mal von links ran oder so. Also von der anderen Seite. Das wäre mir sicherer, aus deiner Sicht gesehen. Nee, das ist rechts, aber ist egal. Ich gucke erst mal, ob da einer ist. Wo ist... Du meinst wirklich, das sind zwei? Ja, ja. Da ist er. Stopp. Dreh ich um. Geh wir zurück. Wo was? Geh wir zurück. Genau. Und jetzt geradeaus. Siehst du ihn? Nee. Siehst du diese Platte da? Also durch diese Lücke durch, siehst du diese Platte, wo die ganzen Schriften draufstehen, ne? Und rechts davon steht der Typ. Platte mit Schriften? Du hast dich wegteleportiert. Bist du woanders? Nein, du hast dich gerade wegteleportiert. Deswegen kannst du das natürlich nicht mehr sehen. Hä? Ich fühle dich. Geh mal links. Stopp. Ja, genau. Jetzt guck mal da an der Platte vorbei. Rechts an der Platte vorbeischauen. Ach, da sehe ich ein Schwert. Ja, okay. Alles klar. Okay, okay, okay. Der andere steht genau vor dir. Der Typ steht da immer noch? Ja. Den kannst du kriegen... Eigentlich ganz easy. Du willst jetzt aber hier einmal, genau, einmal geradeaus und... Oder so. Oh, Gottes Willen. Ich krieg da... Ich mach Fifi in die Hose, du. Ich sag's dir. Da ist Fragezeichen. Da hat er dich gesehen. Jetzt kommt er zu dir und sieht gleich die Leiche. Und trittet in sein Doorshorn. Ich konnte den nicht mehr wegmachen, leider. Ja, ja. Jetzt kommt er näher und will sich das mal genauer anschauen. Ausrufezeichen. Ey, mach doch was. Danke. Oh. Ja, jetzt haben wir mal gesehen, das ist aber schwer. Wut ab. Was? Infrintiere die Paragode. Ich war da. Ich hab ihn geschlagen. Wie geht das denn? Nein, 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 nein. Hast du nicht. Doch, 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 doch. Hab ich wohl. So, hier war noch vorhin einer, oder? Er hat sich gesehen. Nein, da ist gleich der Nächste. Ich fasse es nicht. Geh weg. Er hat dich gesehen. Lauf. Lauf, Forrest, lauf. Gleich gefunden. Minus 250 Punkte. Na toll. Und Alarm an alle. Das ist ja geil. Warte mal. Nicht. Komm alle zu dir. Komm alle zu dir. Nee, zu mir kommt keiner. Ich bin weg. Oh. Das ist schlecht. Scheiße, ich muss hier weg. Kann man nicht durch ein Level laufen, ohne die Leute umzubringen? Bestimmt, aber laufen, eher schleichen. Aber... Also laufen wollte ich damit nicht. Ich wollte kein Gegner stehen lassen. Das geht doch nicht. Ich wollte nicht laufen sagen. Ich wollte also sich hindurch bewegen. Also ich sehe hier drei. Hier vorne. Ich laufe hier gerade auch einen hinterher. Der ist auch gleich weg. Schnips. So, der ist weg. Also rechts ist einer weniger. Aber du hast immer noch bei dir da ganz viele, glaube ich, noch. Die auch wieder rumstehen. Oh, ich will dich schnipseln. Müsstest du auch gesehen haben eigentlich. Naja, ich sehe es ja nicht, weil ich ja nicht... Ich bin ja schon mitten in diesem Gemüse drin hier. In diesem Gemüsefeld. Du bist im Gemüsefeld. Sowieso. So. Die Leichen kann ich jetzt auch nicht mehr wegnehmen. Die sind jetzt einfach da, wo sie sind. Die kann man nicht mehr wegnehmen? Warum nicht? Nee, wenn die alarmiert sind, dann sind sie alarmiert. Ich wäre paranoid. Jetzt sind hier zwei auf einen Haufen hier. Das ist ja gar nicht. Nichts als Schatten. Bin da. Ja, darum zu dir, glaube ich. Zu dir. Mama, dreht dich um. So, einer ist weg. Oh, den kann ich jetzt doch wieder wegnehmen. Warum auch immer. Ja. So. Der andere ist auch hier. Bei mir ist... Okay, Leichen machst du nicht weg, ne? Okay. So, ich glaube, hier ist alles weggecleared, oder? Die sind doch durch das Alarm. Drei sind jetzt weg. Drei sind jetzt weg. Auf meiner Seite ist es irgendwie... Hier steht einer, der kommt auch gerade. Okay. Bei mir ist niemand. Hier ist nix. Das ist ja einfach. Das ist ja witzig. Oh, scheiße. Hier ist einer und noch einer am Wasser. Toll. Ja, warte. Ich komme. Ich bin auf dem Weg. Wo? Bei dir? Beide? In deiner Ecke? Bei einem Hauptturm hier. Ne, einer ist weg. Den habe ich schon weggekriegt. Und der eine ist da im Mittelgang. Fast vor der Tür ist der. Ich bin im Mittelgang. Wo? Ach, da hinten ist der. Ach, da. Jetzt sehe ich ihn. Der ist doch arschweit weg. Ja, ich stehe gleich daneben. Oh. Na toll. Das wollte ich auch gerade machen. Von oben ging gut. So, waren sie das alle? Keine Ahnung, aber wir sind da, wo wir hin müssen. Müssen wir eigentlich, müssen wir eigentlich, oh, hier oben, Aragami. Ja, ich baue eine Tür und ein Loch da oben oder was. Konstruktionsfehler würde ich behaupten. Die Tür ist abgeschlossen, das ist alles. Finde das Ziel. Stell dich jetzt nicht so an. Kann ich hier über die Balken teleportieren? Nein. Oh, da ist zwei, drei Leute sehe ich da unten. Oh Gott. Bewach einen Talisman. Bewach einen Talisman. Bewach einen Vogel, bewache dieses Tier, bewache jede Tür. Bewache, bewache, bewache. Wann kämpfen wir endlich mal? Ich bin runtergefallen. Oh Gott. Das sind Hauptmann Icarus Befehle. Mir gefällt das genauso wenig wie dir. Ich weiß noch nicht, warum es solche Sorgen um einen Vogel in seinem Käfig macht. Ich würde ja gerne mal gucken. Irgendjemand sieht mich hier. Irgendjemand kommt zu mir, das ist nicht gut. Der hat mich echt gesehen hier oben in den Schatten, ne? Das ist ja krass. Der ist vorbeigelatscht. Ja, deswegen, wenn du zu nah bist. So, ich habe den einen hier bei mir erledigt. Die anderen beiden Sabbel-Plaudertaschen sind noch da. Ja, ich habe auch eine erledigt. Gut, dann sind es noch die beiden Plaudertaschen hier. Alter. Ja, warte. Irgendwann hören die auf zu reden. Okay. Oh, mein Gott. Verdammten Vogel einfangen. Okay. Ich habe richtig schweißige Hände, ey. Wir sind scheiße im Schleichen. Das ist alles. Lass dich nicht erwischen da. Ah, sie trennen sich. Wann? Wo? Welche Richtung? Ja. Wo ist er hin? Ja, der eine bleibt stehen. Der kann von oben angesprungen werden, denke ich mal. Und wo der andere ist, den sehe ich leider nicht. Mama. Ah, da hinten ist er. Da hinten ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn überhaupt nicht. Ich habe Angst. Wer baut sowas? Ups. Ah, wo hast du ihn? Oh, Gott. Manchmal kann ich die nicht wegnehmen. Warum auch immer. Weil sie im Licht liegen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ja, der liegt doch hier im Licht, oder nicht? Er liegt im Licht. So, da müssen wir hin. Doink. Upsi. Zwölf Meter. Bin fast da. Endlich befreien wir ihn. Und dann weiter. Huch. Oh. Es ist ein hässlicher Vogel. Mit einem roten Gefieder. Na toll. Sind wir hier vom World Wide Life Fund. Hm, guter Zeitpunkt. Ich werde versuchen, ihn aufzuhalten. Aufzuhalten? 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 Genau. Und bevor wir ihn aufhalten, halten wir mal eben auf. Würde ich mal so sagen. Okay. Und tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.